Lektion 55 Ich bin entschlossen, die Dinge vollkommen anders zu sehen. Was ich jetzt sehe, sind nur Zeichen von Krankheit, Unglück und Tod. Das kann es nicht sein, was Gott für seinen geliebten Sohn erschuf. Die bloße Tatsache, dass ich solche Dinge sehe, beweist, dass ich Gott nicht verstehe. Deshalb verstehe ich auch seinen Sohn nicht. Was ich sehe, sagt mir, dass ich nicht erkenne, wer ich bin. Ich bin entschlossen, die Zeugen der Wahrheit in mir zu sehen, anstelle der Zeugen, die mir eine Illusion von mir zeigen. Wenn du die letzten beiden Lektionen verfolgt hast, die hier angeboten wurden, dann wirst du erkennen, dass dieser Kurs weit über das hinausführt, was wir zu glauben wissen. Er führt uns weit über unsere Geschichte hinaus, an der wir so sehr festhalten. Dieser Kurs hat Konsequenzen. Es ist leicht gesagt, ich bin so, wie Gott mich schuf. Oder Gott wird das schon richten. Aber die Aussage, ich bin so, wie Gott mich schuf, hat Konsequenzen. Gott hat diese Welt der Krankheit und des Unglücks und des Todes und des Angriffs und des Krieges nicht erschaffen. Es sind meine Symbole, meine unerlösten Gedanken, die ich sehe. Und wenn du dich zum Beispiel durch den gestrigen Satzang getriggert fühlst, dann hat das nichts mit mir zu tun, tatsächlich. Es hat etwas mit dir zu tun und alleine mit dir. Und du hast mich gebeten, diese Worte zu sprechen. Genau diese Worte, so wie sie dich erreicht haben. Das Interessante hierbei ist, vielleicht kannst du das unter den YouTube-Kommentaren verfolgen. Das Interessante hierbei ist, der eine ist total damit einverstanden und sehr dankbar, dass dies angeboten wird und der andere wiederum fühlt sich maßlos getriggert. Das schreibt er mir dann persönlich. Und daran sieht man, wie unterschiedlich unsere Auffassung ist. Und noch einmal, wenn du dich getriggert fühlst, dann möchtest du Krankheit, Unglück und Tod sehen. Ja, selbst der kleinste Schnupfen dient dazu, weiterhin Trennung aufrecht zu erhalten. Der kleinste Schnupfen, an den wir glauben. Und das ist es, was wir verstehen müssen, wenn wir diesen Kurs praktizieren. Dieser Kurs ist ein Kurs in Erlösung. Und natürlich kann ich nur zu denen sprechen, die sich auch erlösen wollen. Die nicht mehr ein besseres Ich haben wollen. Ein besseres Ich-Name haben wollen. Das ist kein Selbstoptimierungskurs, in dem du in deinem in sich geschlossenen, gottsicheren Ego-Labyrinth besser zurechtkommst. Wir lassen hier dieses Ego-Labyrinth vollkommen, wir geben es auf. Aber dazu müssen wir wissen, was das Ego-Labyrinth ist. Ich wiederhole erneut, jemand, der sich erlösen möchte, muss wissen, wovon er sich erlösen möchte. Und es kann durchaus sein, dass du dich hier öfters angegriffen fühlst. Das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist es, aufzudecken. Aufzuzeigen, sodass wir hinschauen, sodass wir uns bewusst werden, sodass ein Flügelschlag einer Schwalbe einen so großen, machtvollen Ausdruck bekommt, dass wir niederknien und vor Freude weinen. Sodass wir beginnen, die Welt wirklich anders zu sehen und nicht mehr auf unsere einfältige, denkfaule Denkgewohnheiten ausrichten. Wir wollen eben über unser Denken hinausgehen. Und wenn du willst, bist du herzlich eingeladen, dies zu tun. Und wie du siehst, ist dieser Kurs ja absolut freiwillig. Du kannst ihn jederzeit zuklappen und sagen, das ist für mich jetzt nicht dran. Das geht mir zu weit. Oder du sagst dir, also diesem Typen hier, dem höre ich nicht mehr zu. Und dennoch bist du noch da. Und dennoch hörst du diese Worte. Und dennoch studierst du diesen Kurs in Wundern. Also muss es ein Licht in dir geben, das nicht zu erlöschen ist. Denn hier wird nur von deinem Licht gesprochen. Hier wird kompromisslos dargeboten, was du bist und was du nicht bist. Der Kurs greift dich nicht an. Und ich greife dich nicht an. Der Kurs ist kompromisslos. So wie ich. Kompromisslos in seinen Aussagen. Kompromisslos in seinen Ausrichtungen. Ich bin nicht derjenige, der erwacht, irgendwo auf der siebten Wolke sitzt und den Schäflein zuruft, kommet, o Kinder, kommet. Nein, ich bin mit dir im Klassenzimmer der Liebe und habe eine Funktion übernommen, die, von der Gott will, dass ich sie übernehme. Denn Gott hat nicht diese Stimmbänder, um zu dir zu sprechen. Gott benutzt diesen Körper, um zu dir zu sprechen. Ich bin im höchsten Maße bestrebt, Gott diesen Körper zu überlassen, sodass er zu dir sprechen kann, sodass du hören kannst. Und die Anleitung der Liebe durch dich wirken lässt, die Liebeslektionen beginnst zu praktizieren. Und die Motivation aufgreifst, dich zu erlösen. Und endlich die Idee aufgibst, dass du dich noch verbessern musst. Dass du ein besserer Mensch werden musst. Das Ego suggeriert uns dies ständig. Wir hätten diesen und jenen Fehler gemacht und das müssen wir jetzt aufdecken und aufklären. Wir sind hier, um das alles aufzugeben. Anschauen, aufgeben. Anschauen, abgeben. Beobachten, abgeben. Nicht mehr involvieren. Nicht mehr involviert sein. Und eine ganz wichtige Information. Und wenn du willst, nehme sie in dir auf. Schreibe sie auf. Der Kurs bzw. Jesus spricht zu dir immer in dem Bewusstsein, dass das, was du als die Realität erfasst und begreifst und immer wieder wahrmachst, dass dies keine Realität ist, sondern ein Traum. Ich sehe hier nur meinen Geisteszustand. Und dieser Geisteszustand sind Bilder, die ich gemacht habe und an die ich glaube. Es ist niemals eine Tatsache. Und wenn wir aus der Perspektive, wenn wir auf dieser Perspektive, auf unser Dasein schauen, dann werden wir weicher in uns und dann fühlen wir uns auch nicht mehr angegriffen. Dann begegnet mir auf der Straße eine schöne Traumfrau. Und mein Partner ist ein Traummann. Und der Hund ist ein Traumhund, ein Traumtier. So wie das Meer, so wie die Sonne, so wie die Straße, so wie der Arbeitsplatz, so wie eine Krankheit, so wie alles, was du siehst. Und wir wissen, wenn wir des Nachts träumen, dass dieser Traum aus unserem unerlösten Geist entstanden ist. Und so können wir uns diesem Kurs zuwenden. Betrachte alles als einen Traum. Und dann musst du dich auch nicht mehr so sehr angegriffen fühlen. Dann musst du nicht mehr in dieser Idee verhaben, keiner versteht mich. Oder der versteht, ich habe jetzt gedacht, der versteht mich. Ja, ich verstehe dich, aber auf eine andere Art und Weise. Ich schaue auf dich auf eine andere Art und Weise. Und ich kann dir, ich kann deine menschlichen Schwächen nicht mehr unterstützen. Ich bin hier, um sie aufzudecken und um sie, damit du sie irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, den du wählst und den du, nur du alleine wählen kannst, indem du dies alles aufgeben möchtest. Und dann kommt für uns der Heilige Geist ins Spiel, durch den wir all dies aufgeben können. Ich gebe dir das. Mach du das. Ich möchte nicht mehr selbst entscheiden. Ich möchte mein Denken nicht mehr wahrmachen. Wir erinnern uns, Gedanken sind Dinge. Und wie fühlt es sich jetzt an, wenn du dir wirklich eingestehst, all dies, was ich sehe, ist ein Traum. Vielleicht beginnst du dann sogar zu lachen über das, was du bisher so so hart beurteilt hast. Vielleicht beginnst du dann sogar zu lachen über dich selbst, wie du dich selbst gesehen hast. Ja, natürlich, auch dein Körper ist ein Traumkörper. Auch die Sonne ist eine Traumsonne, so wie der Mond, so wie irgendein Baum. Und in einem Traum kannst du Auto fahren und einen Autounfall haben und für dich ist es absolut real. Oder du wirst von einem fliegenden Ungeheuer verfolgt, während du durch die Lüfte fliegst. Oder du sitzt mit deinem Partner zusammen und hast romantische Stunden. Es ist absolut real in deinen nächtlichen Träumen. Und du kannst in einem Flugzeug fliegen und die Sitze spüren. Du kannst alles, all dies kannst du tun. Und in diesem Traum zweifelst du nicht einmal an, dass du träumst. Du erlebst es. Und wir sind hier, um diesen Traum zumindest einmal anzuzweifeln, damit die Entschlossenheit, die Dinge anders zu sehen, überhaupt Wirkung haben können. Und schon werden wir lockerer im Geist und schon öffnen wir unseren Geist einen kleinen Spalt und das Licht kann eindringen in unserem gottsicheren Traum, der in sich geschlossen ist und der natürlich schlüssig ist. Und wir wollen nicht mehr die Experten des Traumes spielen, indem wir besondere Dinge entwickeln, indem wir besondere Maßnahmen entwickeln, indem wir besondere Erkenntnisse erlangen über die Zusammenhänge von irgendwelchen Traumsonnenstürmen oder Traumkonstellationen. Wir wollen letztendlich davon aussteigen. Dann alle Therapeuten gerichtet. Du musst jetzt deine Arbeit nicht anzweifeln oder aufgeben. Es dreht sich nur, deine Klienten auf eine andere Art und Weise zu sehen und vielleicht beginnst du durch diese andere Sichtweise eine völlig neue Kommunikation. Du beginnst sie als geheilt zu betrachten und sie kommen zu dir, damit du beginnst zu heilen. Und wenn du deine Klienten als geheilt betrachtest, dann werden sie durch deine Sicht mit dir geheilt. Und dann legst du vielleicht immer noch deine Hände auf, du sprichst immer noch irgendwelche Worte, aber wie du sie siehst, das ist das grundlegend Entscheidende. Und so sind wir alle aufgefordert, egal ob du Therapeut bist, Heilpraktiker, Arzt oder Familienvater oder eine alleinerziehende Mutter. Wir sind alle aufgefordert, diesen Kurs zu praktizieren. Das heißt, wir wollen den Inhalt erkennen. Wir wollen uns nicht mehr so sehr auf die Form der Krankheit und des Unglücks und des Todes konzentrieren. Wir wollen unsere Angriffsgedanken ablegen. Denn in Gott gibt es all diese Dinge nicht und wir haben die Macht, eine Welt zu erträumen, die nichts mit Gott zu tun hat. Und wir haben die Macht, daran zu glauben, immer wieder es wahrzumachen. Ah, wie wohltuend ist es doch, zu erinnern, es ist ein Traum. Jesus bittet dich, dich zu erinnern, es ist ein Traum, es ist keine Realität. In Gott gibt es nichts davon, was wir mit unseren physischen Augen sehen. Und alles, was vergänglich ist, kann nicht von Gott erschaffen sein. Nichts kann erschaffen, auch die Krankheit wird vergehen, also kann sie nicht real sein. Genauso wie der Konflikt mit deinem Partner. Genauso wie alles, was du wahrnimmst. Denken, sehen, erfahren. Ein in sich geschlossenes, gottsicheres Denksystem. gemacht aus einem Guss. Und deshalb fühlt es sich auch so schwer an, oder so schwierig an, diesen Kurs zu erlernen. Wenn du das gestern gehört hast, oder auch die letzten Lektionen, dann wirst du dir so, wow, das ist aber schwierig. Oh, das packe ich nie. Und schon hat dich das Ego wieder im Griff. Die Silke und ich, wir haben gestern erkannt und im Handbuch für Lehrer gelesen, dieser Kurs ist einfach zu lernen. Und schon hast du eine neue Perspektive. Ja, stimmt. Der Kurs ist einfach zu lernen. Diese Welt ist ein Traum und ich kann sie aufgeben, indem ich mich entscheide, die Dinge anders zu sehen. Ah ja, es ist nicht schwer. Das Ego liebt es, wenn es kompliziert ist und wenn es schwer ist. Das liebt das Ego. Das, dann hat es dich wieder am Wickel. Erlaube dir heute die Tatsache, dass dieser Kurs einfach zu erlernen ist. Und schon erhebt sich deine Perspektive und schon schaust du anderen Geistes auf diese Dinge, die du siehst. Merkst du den Unterschied? Der Kurs ist einfach, weil es eben nur ein Traum ist und weil es keine Tatsache ist. Und dann werden wir sehen, was die Aussage beinhaltet. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Die Welt, die ich sehe, ist wohl kaum die Darstellung lieber voller Gedanken. Sie ist ein Bild des Angriffs von allem gegen alles. Ich wollte das lange nicht akzeptieren. Ich wollte immer noch die guten Dinge in meinem Leben sehen. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich wollte immer noch Kompromisse eingehen, um mein gottsicheres Labyrinth aufrecht zu erhalten. Das heißt, meine Persönlichkeit des Mangels das aufrecht erhalten. Ach, das ist doch gar nicht so. Ich wollte diese Aussage nicht so gerne hören und auch nicht so gerne annehmen. Dass die Welt ein Bild des Angriffs von allem gegen alles ist. Sie ist alles andere als eine Spiegelung der Liebe Gottes und der Liebe seines Sohnes. Schauen wir ganz konkret auf diese Aussage und akzeptieren wir es. Zumindest einmal akzeptieren. Damit unsere kleine Bereitschaft sich zeigen kann, anders sehen zu wollen. Denn es sind meine, und hier wird von deinen und meinen Angriffsgedanken gesprochen, die dieses Bild, diese Welt entstehen lassen. Meine liebevollen Gedanken werden mich von dieser Wahrnehmung der Welt erlösen und mir den Frieden geben, den Gott für mich bestimmt hat. Also das, was ich mit Gott denke, wird mich von dieser Idee, von dieser Illusion, von diesem Traum erlösen. Und dann werde ich sehen, hey, ich kann ja der Welt entrinnen, die ich sehe, indem ich eben meine Angriffsgedanken, meine Urteile, meine Begrenzungen aufgebe. Du wirst alles in deinem Geist finden. Alles, was du in der Welt siehst, denke an deine Wohnung, du findest sie in deinem Geist, denke an deine Kinder, denke an irgendeine Krankheit, denke an irgendeinen Sonnenuntergang, du wirst dies alles finden. Und wenn ich jetzt an dem Punkt bin, zu erkennen, hey, ich kann der Welt, die ich sehe, entrinnen, ja, das ist doch eine freudige Nachricht. Nur die Frage ist, möchtest du überhaupt entrinnen? Möchtest du wirklich entrinnen? Überprüfe das ganz genau. Und sei ehrlich. Und sei mutig. Hierin liegt die Erlösung und in sonst nichts. Ohne Angriffsgedanken könnte ich keine Welt des Angriffs sehen. Wenn die Vergebung wieder Liebe in mein Bewusstsein einkehren lässt, werde ich eine Welt des Friedens, der Sicherheit und der Freude sehen. Und genau das beschließe ich, zu sehen, statt dessen, was ich jetzt erblicke. Und das ist eine Entscheidung. Und niemand von uns kommt um diese Entscheidung herum. Keiner. Jemand, der sein Ich noch verbessern will, seine Sexualität, sein Body, Sixpack, sein körperliches Dasein, jeder entscheidet sich hierfür. Wir sind hier, um, also dann entscheiden wir uns für die Kleinheit. Und wir sind hier, um uns für die Größe, für die Erlösung zu entscheiden. Was sind Angriffsgedanken? Angriffsgedanken ist jede Form von Schuld, Sorgen, Krankheit, Mangel, Angst, Verletzlichkeit, Verurteilung, Unglück, Kummer, Süchten, Einsamkeit, Langeweile, Zweifel, Wertlosigkeit, Schuldzuweisungen, auch unsere Erwartungen an die Welt sind Angriffsgedanken, irgendwelche Fantasien in die Zukunft poesiert, irgendwelche Forderungen, die ich an dich stelle, jegliche Forderung, die du an den Partner stellst, sind Angriffsgedanken. Und alles natürlich, was uns von Friede und Freude abhängt, äh, abhält. Und all das ist das, was uns als Menschenfigur in diesem Traum festhält. Wut, Frustration, irgendwelche Bedürfnisse und irgendwelche persönlichen Wünsche sind Angriffsgedanken. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Gedanken nicht als schlecht jetzt klassifizieren, denn dann wird es wieder schwierig, sie aufzugeben, denn dann machen wir sie ja wieder wahr, sondern sie einfach nur als falsche Gedanken erkennen, die keine Realität haben und somit aufgegeben werden können. Solange du dich als schlecht bezeichnest, solange glaubst du, dass es wahr ist. Wir sehen es, geben es ab. Punkt. Wir bewerten diese Gedanken nicht mehr. Denn wir sind diese Gedanken nicht. Diese zu beobachten, ohne sie zu beurteilen, und das ist der Joker. Du siehst es, du bist zu dick. Eine Idee, ich bin zu dick, in einem Traumkörper gibst du ab. Du erkennst, du hast einfach genügend erotische Oberfläche. Du bewertest es nicht mehr. Du gibst es ab. Wir sind die Beobachter dieser Gedanken. Und es gibt überhaupt nichts, was wir tun müssen, um uns heiliger zu machen, wie wir sind. Denn Heiligkeit ist unsere wahre Natur. Es gibt nichts, was du tun musst, um vollkommener zu werden. Denn Vollkommenheit ist deine wahre Natur. Und es hat überhaupt keinen Sinn. Höre gut zu, wenn du willst. Es hat überhaupt keinen Sinn, im Traum, ein schöneres Ich zu schaffen. Null. Denn, wie eingangs schon erwähnt, dieser Kurs ist kein Kurs zur Selbstverbesserung. Wir wollen die Ideen zwischen schlecht und gut aufgeben. Diese Selbstverurteilungen aufgeben. Wir anerkennen, dass wir keine Körper sind. Dort hin führt uns dieser Kurs. Und wir verwenden eine Unmengen an Energie darauf, unsere besonderen Interessen herauszufinden. Ich muss jetzt herausfinden, was meine Aufgabe in dieser Welt ist. Die Praxis der Vergebung wird dir deutlich zeigen, was deine Aufgabe in der Welt ist. Ich habe lange gesucht und dachte, ich müsste jetzt herausfinden, was meine Aufgabe ist. Die Vergebung hat es mir gezeigt und diese Aufgabe, die kannst du jeden Tag hier vernehmen. Christus wird uns all das zeigen. Und natürlich, es hat Konsequenzen. Tatsächlich. Und vor diesen Konsequenzen haben wir Angst. Wir funktionieren plötzlich nicht mehr so, wie wir bisher funktioniert haben. Ich habe mich jahrelang von der Gesellschaft wie ein Ausgestoßener gefühlt. Und ich habe immer gedacht, ich möchte irgendwie, dieser Kurs macht mich noch völlig kirre. Ich möchte am liebsten wieder zurück, lass mich ein Familienvater sein mit zwei Kindern, einer Wohnung, einem Haus und alles ist gut. Ich wollte, hatte manchmal das dringende Bedürfnis wieder irgendwie mich anpassen zu wollen. Lass dieses, gib dieses Anpassen auf. Du musst keine Angepasste sein. Du musst kein Angepasster sein. Und vielleicht hast du manchmal die Idee, du möchtest in deine alte Rolle zurück. Ja, aber deine alte Rolle ist doch das, was dich letztendlich leiden lässt und krank werden lässt. Wir geben all unsere Rollen auf, die wir uns selbst zugedacht haben. Frage dich lieber, was bin ich? Was bin ich wirklich? Heiliger Geist, gib du mir diese Antwort. Zeig du es mir. Im Zustand des Einseins stellt sich diese Frage natürlich nicht, aber solange wir uns immer noch in diesem Traum wähnen, ist es sehr hilfreich, sich zu fragen, was bin ich dann? Was bin ich denn? Und dann werden dir Wegweiser aufgestellt, die dich immer wieder darauf hinweisen. Und aber ein Wegweiser ist immer noch nicht die Wahrheit. Wir sind hier, um den Weg zu gehen. Und das, was du heute hörst, ist ein Wegweiser. Willst du den Weg gehen, dann setze dich heute mit der Lektion 55 auseinander. Das bedeutet, betrachte jeden Abschnitt für etwa zwei Minuten, praktiziere es und finde heraus, welche Lektion in diesen Wiederholungen dich anspringt. Mir gefällt zum Beispiel heute wunderbar, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Für mich dient alles dem Zweck, dem einen Zweck zu beweisen, dass meine Illusionen von mir wirklich sind. Zu diesem Zweck versuche ich, alles und jeden zu benutzen. Ich glaube, dass die Welt eben dazu da ist. Deswegen begreife ich ihren wirklichen Zweck nicht. Der Zweck, den ich der Welt gegeben habe, hat zu einem beängstigenden Bild von ihr geführt. Lass mich meinen Geist dem wirklichen Zweck der Welt öffnen, indem ich den Zweck, den ich ihr gegeben habe, zurücknehme und die Wahrheit über sie lerne. Das spornt mich heute an. Das möchte ich völlig begreifen, um endlich die Dinge anders sehen zu können. Ich möchte dich nicht mehr benutzen, um meine Kleinheit zu beweisen. Und ich möchte die Welt nicht mehr dazu benutzen, um mein Mangeldenksystem immer wieder zu sehen, zu erkennen, zu bestätigen und mit dir auszutauschen. Ich habe daran kein Interesse mehr. Und du? Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020